Ständig verlierst du deinen Schlüssel, dein Handy oder dein Pogmonet und das sogar bei dir zu Hause. Mit diesem Gadget hast du eine feste Ablage für alle Gegenstände, die du erstmal aus deiner Hosentasche räumst, wenn du zu Hause ankommst. Und wenn du dich jetzt fragst, warum hier auch noch ein Stromkabel mit dabei ist, nun das ist nicht einfach nur eine Ablageschale, sondern eben auch ein Wireless-Ladegerät für dein Handy. Und so wirst du auch nicht mehr vergessen, dein Handy aufzuladen.